die ja moin leute und herzlich willkommen zurück zu Sun Rack Phonics wie übersprochen habe ich die Charaktere nach dem letzten Part ein bisschen trainiert dass sie jetzt zumindest alle Level 40 sind ich hoffe dass es ausreicht weil das hier halt ziemlich stark nach einem Boss-Fact aufzieht und mit alle höchsten Wahrscheinlichkeit gibt es auch ein wir jagen immer noch Banner da hinten steht er bevor ich ihn attackiere will ich gucken ob hier vielleicht irgendwo was tolles rum fliegt wer weiß vielleicht finden wir was nützliches ja tatsächlich da fliegt was rum Kontrollraumschlüssel irgendwo wer mit dem schon verwendet ich hab viele wunderbare Orte gefunden wo durch die Charaktere ich vielleicht leben konnte und dann starten wir uns mal Banner du entkommst uns nicht du entkommst uns nicht wir nerven nicht du musst lernen wann zu quitt stopp Producing Artificial Blades yo das stimmt das ist uns egal das ist uns egal immer noch egal die kaiserliche Armee die werden dich hoch freuen die werden dich hoch freuen was vor dem Spiegel vor dem Spiegel ist so obwohl da du es nicht das ist was er redet da wer ist das denn ich sag doch das sieht nach dem Bossfight aus Patroka Mikhail ok wow siehst du die Klinge da hat die viele Waffen schluss ja das wenn die 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 kennt mussten die ja von Tona sein hihihi lol ähm ich gerade freundlich aus die Frau aber wenigstens der Kerl scheint lustig drauf zu sein Ja, die ist nicht freundlich. Okay. Die Hulk hat ihrem Partner einfach eine Backpfeife gegeben. Okay, der eine hat eine Gigantoklinge. Mit fetten armen Dingern. Und die andere hat eine Klinge mit drei Milliarden Waffen. Kommt, die kriegen wir down. Dafür habe ich trainiert. Und es ist, glaube ich, auch die richtige Entscheidung gewesen. Guck mal, was hier in die Kaffe-Levelung gespielt ist. Wir waren vorher Level 37, bevor ich sie angefangen habe. Was ist das? Das ist die Kaffe. Oh, Mann, das tut mir leid. Was ist das? Was ist das? Du hast die Kaffe. Du hast es echt gemeint. Ich kann mir vorhin auch mal in den Kaffer die die Siebkern einbringen. Aber nutzbar gemacht. Okay, jetzt passiert auch mal irgendwas. Ich bin nicht richtig mit Bossfight. Okay, der blockt. Das andere Ding greift an. Die sieht irgendwas, dass wir ihn nicht sehen. Alter! Hint den Ding doch mal die Waffen ab! Wie bereit für deine Treile? Ah, ich seh schon den Plan! Los, komm Poppy! Cutie! Und die anderen! Im Ernst, nimm den Ding die Waffen hat! Das ging nicht anders! Der Flammenbringer! Der Flammenbringer! Der Flammenbringer! Das ist das Gefühl, dass wir nicht mehr haben. Nein, du erwartest zu viel! Na komm, Fräulein! Jetzt Volker nach oben! und haben wir die jetzt wirklich im Team, ja wir haben die im Team jetzt, also 42 naja ich behalte mal das Team so wie es ist die hat wahrscheinlich zu vertreten wegen äh was du dich da gerade passiert weiter aus Mikael, die Verteidigung muss zuerst fallen ok, auf die andere komm, warte doch so wir müssen verrecken hau drauf was ist das? die Schwerter von überall da hoch ist die Verteidigung geht auf Mikael ok, jetzt geht er auch mal wieder auf Mikael auf mild die ein mal auf mal kr we mal so Ich hab sogar Leute kaputt. Oh Gott, voll krach. Ne, wer auf dieser Seite ist? Ich hab mich nicht verstanden. Komm! Ich bin dort! Shit! Komm, Dora, beliebt mich! Dora! Jens, brauchen dich! Ja, okay. Meinst du dich? Da wird... Ich hab grad schon wieder aufgekippt. Glück haben wir noch eine Leiste. Und hier hat uns hochgehäumt. Das ist ein Scheißvertroger. Muschel erst drauf gehen. Joa! So, krach macht eh viel Antworten vor. Da setz ich noch einen hier drauf. Verheerung! klinge übrigens noch vor der aufnahme verbessern was war das klinge 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 er verlobt ich bin die andere dummste von hinslang komm, war ne zweite Sonne hier braun, ey man ich glaub nicht wirklich ob Hoppy auch noch ne dritte Rumpfung hat wir verlieren wir verlieren komplett aufgespielt alter, der hat doch eigentlich nicht vorgelegt und jetzt, ähm das erste Mal muss ich einen Gaunt kriegen so rafferrecken hier nicht komm, Sandsturm dann frisimborr verreckt doch endlich ich ruf ich ruf ich ruf ich ruf Jetzt kommt die Was ist dieci? Geht nicht ... Was ist die Rise? Und jetzt ist die Verteilung Der Ausgabe, die zu schrauben? Hammann ist die. Richtig ... Die stehen ... Was ist dein ... Kein blowing ... TAST! Das! Das! Uiuiuiui! Noch die Scheiße! Und jetzt kommt ganz schnell! Wenn ich wie in die Sting hoch meine Hüte schon machen würde... Umschmeißen! Umwerfen! Umwerfen! Aua! Oh Gott! Ich muss doch sterben! Hier heilen! 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 Verdammt! Heilen! Verdammt! 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 Oh Gott! Wir wären jetzt fast drauf gegangen! Oh, nur noch zu merken! Ich brauch auch was abgerechnet! Ist das prima? Und der Typ ist tot! Er ist down! Die Menge Jubits! Jetzt ist nur noch die Kutsche da! Und die fählen jetzt natürlich auch direkt weg! Damit niemand mehr auf den Sack gehen kann! Weg mit mir! Immer wieder! Mia ist tot! Ich kann erst mal Popp-Druck brauchen! Danke! Wie dauert es? Zora ist Kraftakt. Komm, Zora! Finische sie! Weg mit ihr! Die brauchen wir hier nicht! Weg! Sie ist tot. Meine Güter hat hier viele Kernkistall hinterlassen. Und jetzt schauen wir uns mal den wunderbares schönen Plan an! Ja, wir kennen das ja nur zu gut. Los geht's! Feuer und Feuer. Komm, weg mit denen! Das ist kein Eingeschlungsversuch. Bam! Oh, die Dinger kennen wir doch! Borac hat das Ding fast abgekriegt. Nee, warte. Freak it! Komm, jetzt brauchen wir Mishra! Viel Spaß mit den Pfeilen! Äh, äh... Irgendwo haben die ja recht. Aber ich würde mich nicht freuen, das abzukriegen. Jetzt gibt's einmal richtig schönen, äh, Meisterkipper. Ah, ich glaub nicht, dass ihr jetzt einfach so weggeschickt habt. Ah, ich seh, was der Plan war. Zwar nicht der Plan, auf die Meister zu schießen. Die sind dann auf die Klingen! Weg sind sie! Jetzt ist ja keine Barrikade mehr! Und keine scheiß Waffenallianz hier. Beziehungsweise Waffenami. Keine Ahnung, was man das Ding nennen soll. Ich nenne das mal Waffenschwank. Ja, nämlich bestreckt Schwein. Womit? Womit willst du mich jetzt vernichten? Komm! Ich warte! Äh... Die ist doch niemals normal. Oder hat die einfach nur einen guter Befall? Ähm, wer ist das? Wer auch immer das ist, sie hat uns grad den Arsch gerettet. Indolische Plage? Äh, die hat einen Vogel. Ich kenne es doch nicht. Und was ich bin genau? Und was passiert? Wer ist das? Wie kann ich das machen? Ach, ist das die Schwäche von Arcos? Mufra, Pfeile! Ja, das wissen wir leider jetzt nur zu gut. Also Mufra, deine Pfeile sind erste Sahne. Da gibt's wirklich nix zu meckern. Göttin des Praetoriums? Hat er da jetzt mal Göttin? Wir wurden von einer Heiligkeit gerettet. Und da ist Gin. Ohne Wodka. Ähm, da ist jemand drin. In dem Eis. Flora. Ihr erinnert mich an niemanden aus Ryan Blame. Kinoka. Oh, wir haben Kapitel 4 abgeschlossen. Das ist übrigens, glaub ich, der erste Boss-Fact seit langem, den wir in einem durchgeschafft haben. Ja, und hier können wir auch direkt speichern. So. Sicherheitshalber jetzt zweimal abgespeichert. Jetzt kommt wieder ne endlos lange Zwischensequenz. Kapitel 5. Sklaven. Ah, da sehen wir sie sogar. Pfeile. Du, du, du. Du, du, du! Pfeile. Du, du hast sie Angst. Du hast sie Angst. Glocke. Meine erste Klingel. Jyn? Da wirkt er noch nett. Das ist auf jeden Fall in Erinnerung von Jyn. Ähm, Rickett? Seine Majestät? Da war sie wahrscheinlich von jemand anderes noch die Klingel. Adam sehen wir mal komplett gar nicht. Komm, nimm die Mütze ab. Ich will sehen, wer du bist. Ja, haben wir gerade gesehen. Oh, aber du willst mich nicht mehr. Ich bin nur glücklich, dass ihr beide in jedem, wo ich kann. Die sehen sich wirklich ähnlich. Ich bin glücklich, wenn ich sogar ein bisschen wie du bin. Wir sind sogar die gleiche Größe. Okay. Die Fender... Wenn Landhorn habe ich... Wenn ich richtig gelesen habe, ist eine Klingel von dieser Laura gewesen. Äh, wo passt Jyn in die Sache rein? Wie, der kämpft nicht sonderlich gerne. Aber dafür tötet der ziemlich gerne einfach Leute. Und zu denken, wir hören das von dem stärksten Mann Tornas. Oh Gott. Oh Gott. Er wird wahrscheinlich der vielmagnale Endboss des gesamten Spiels sein. Oh Gott. Oh Gott. Malos, ziehe aus. Okay, da war Jyn gegen Malos, oder wie? Ja. Aber jetzt arbeitet er für Malos. Hä? Die Historia gibt kaum einen Sinn. Zumindest jetzt noch nicht. Ich weiß nicht, ob das später anders ist. Sehr interessante Storygeschichte zumindest. Wird noch weiter verfolgt. Sprech sie einfach an, Mischpa. Ich bin noch ein Zimmer von der ganzen Höhle. Ich bin noch eine Erinnung aus der Höhle. Ja, ich bin Lenorm. Und glory for the Indaline Vittoria. Oh, ähm, ja. Wie bitte? Ich bin Rex, bin ich richtig? Ich habe ein bisschen eine Audienz mitgebracht. Ist ja sowieso wichtig. Wird er ein Autogramm von uns? Wird er dieses Autogramm dann für Milliarden Fischer bilden? Das erfahrt ihr alles in der nächsten Folge von Indomie. Dem Praetorium. Der Praetor ist Malos Meister. Was? Ein bestimmter Dolch? Ah, stimmt ja. Wie hieß der nochmal? Äh, ich komme gleich drauf. Der Praetor ist ihr originaler Autogramm. Ne, doch nicht. Cole. Cole, mein Name. Da werde ich auch drauf bekommen. Wie alt werden denn die aus Indol? Sie haben eine hohe Lebenserwartung. Okay. Das klingt auch nach einer großen Nähe. Ich würde sagen, Drex hat sich irgendwie verknallt. Zumindest, mit Glück bist du. Ja. Ich habe keine Ahnung, dass dieser Mann der Praetor geworden ist. Ich habe keine Ahnung, dass dieser Mann der Praetor geworden ist, von allen Dingen. Können wir? Es gibt viele, die ich ihm fragen möchte. Ich möchte wissen, was passiert, nachdem ich zu Hause ging. Und natürlich, wie es ist, dass du hier bist, Fan. Ja. Okay, dann. Ich möchte ihn auch treffen. Die Geschichte ist auf jeden Fall sehr interessant. Wir haben keine Wahl. Und ich sage, endlos lange Zwischensequenzen. Hayes. Hayes? Ich bin leicht müde. Klingen erkälten sich nicht, das ist ja praktisch. Mach mal eben kurz meine Gartenarbeiten draußen, wenn du dich nicht erkälten kannst. Ich bin froh, dass du einen Fehler hast. Ich bin Fan Lenore. Ich bin für den Praetor Malfus. Ihr früherer Meister ist offenbar verreckt. Sorry. Mein Fehler. Warte, die ist ja in dem Eis. Ich weiß. Das stimmt ja. Es ist ziemlich kalt, nicht wahr? Ich könnte zurück in meine Zimmer, nachdem. Das kann ich nicht beurteilen. Ja. Gute Nacht, Lady Mithra. Nein, Fan. Der Kernkristall sieht auch so aus, als ob irgendwas fehlt. Ich glaube, das ist noch eine Frage für den Praetor. Ja. Klingt wirklich so. Und wir haben wieder Paira am Start. Jawohl. Und wir sind alleine. Du kannst jetzt je nach Bedarf zwischen Pyro und Mifro wechseln. Wolltest du außerhalb von Kämpfen wechseln, dann wähle unter Charaktere entweder Pyro oder Mifro oder entweder dann Y. Hey! In der Arbeit des Kampfes kannst du einfach den Knopf wählen, um die Pyro zu Müll vorzunehmen. Ach, das ist ja praktisch. Jetzt kann ich die einfach hin und her switchen. Geil. Aber wir machen hier wirklich erst den nächsten Part weiter. Und da ich mir die ganze Zwischensequenz noch mal anglotzen muss, wird hier abgespeichert. Wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder, Leute. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst ja, was ihr zu tun habt. Tschau, Leute, und bis bald. Bei Sanawake Chronicles.